Einer meiner grössten Leidenschaften ist Fussballspielen. Bewegung und Sport sind grundsätzlich auch sehr wichtig, aber beim Fussballspielen zählt der Teamgeist und nur als Team kommen wir weiter. Genauso leidenschaftlich bin ich in meinem Beruf als Trainer, denn dort kann ich mein Wissen am Nachwuchs weitergeben und sich für die kommenden Aufgaben fit machen. Ich bin Giuliano Kramerin, bin Fachlehrer in der Grund- und Weiterbildung im Bereich Saniterheizung und Lehrgangsleiter in der Gebäudetechnik an der Schweizerische Technische Fachschule Winterthur. Was denkt ihr, wie ihr da seid? Es begeistert mich sehr, mein Wissen weiterzugeben und einer sinnhaften Tätigkeit nachzugehen. Ich habe eine Lehre als Sanitärinstallateur absolviert, dann weitergemacht zum Chefmodell Sanitär und das hat mich so begeistert, dass ich dann noch den Sanitärmeister angehängt habe. Ich bin stolz, diese Erfahrung gemacht zu haben und heute eine Vorbildfunktion kann reinnehmen. Was mein Beruf so spannend macht, ist, ich bin immer im Austausch mit den jungen Berufsleuten und immer am Puls der Zeit. Ich bin offen und interessiert, was die Jungen beschäftigt und ich versuche sie für die täglichen Aufgaben zu motivieren. Das erfordert oft Spontanität, Geduld und Kreativität, aber das macht den Beruf so abwechslungsreich. Meinen Guide danke ich meistens im Freien, beim Joggen oder im Teamsport mit meinen Freunden. Teamgeist, Leidenschaft, Geduld – diese drei Sachen möchte ich gerne am Nachwuchs mitgeben. Es sind wichtige Eigenschaften, die im Alltag gebraucht werden. Weil Digitalisierung verändert Aufgaben und das Berufsbild stark und daher sind neue Skills gefragt. Um einen Puls der Zeit zu sein, muss ich stetig meine Unterrichtseinheiten weiterentwickeln und das mache ich am besten mit meinen Arbeitskollegen. Zudem bin ich in einem Gremium Revision Berufsprüfung, Revision Höhefachprüfung, wo ich die Zukunft dieser Berufe massgeblich mitgestalten kann. Die Gebäudentechnikbranche ist ein wichtiger Bestandteil der Energiestrategie und bietet spannende Berufe. Darum bedeutet mir das viel, Talent aus- und weiterzubilden. Wer die Zukunft gestalten möchte, ist auf jeden Fall richtig da.